so man kann es wieder weiter ja eigentlich auch eine idee mal ganz kurz wettsteinen nehmen rationen rein schmalzen ich denke ihnen das weil man ein bisschen ab gleich noch mal auf tränke wechseln ja der macht es nicht mehr lang bewegungen dieser anlassen er zieht sich etwas zurück siehst du das was er gerade gemacht hat dieses kurze schreien und hat darauf hingedeutet springt er schon wieder weg nein es bringt über mich zu aus heilung warte mal mit kohlen ja heil dich ich habe ihn umgeworfen ich denke ihn ab das hat wehgetan au 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 wo bin ich denn überhaupt ja nein ich habe erwischt um ist ja schlimm Hauptsache es passiert nicht so oft ums Geld mache ich mir da eigentlich nicht so wirklich Gedanken ok Hauptsache man kriegt das Zeug was der droppt so wieder da jo Achtung Boah jetzt gibt er Gas auch ein Zeichen dafür hier ich habe den Schaden rein wenn möglich ausbrechen er macht nämlich nicht wenig Schaden er flüchtet ja wie gesagt wir sind ziemlich am Ende aber wir sind uns ja ja ich glaube wir sollten immer ein bisschen warten bevor wir ins nächste Gebiet gehen wenn er geflüchtet ist grad erst er ist er sabbat er sabbat schon wieder wieder Achtung nein ich dachte nur voll wegen Schaden es hat einen leichten Unterschied vom Aussehen her ok Achtung jetzt rollt er ah ne ich habe ihn zuerst eben gerollt rollen 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 ja wir tun nichts anderes als rollen oh ja wir machen es nur einfach genauso wie er ok jetzt warten wir erstmal ja ich habe eine ich habe eine Schärfestufe mehr als du bei mir leuchtet das Schwertgrün oder hast du das schon? bei mir leuchtet es auch grün ja ja dann haben wir gleich viele achso cool du machst mehr Schaden und durchdringst die Rüstung besser die Haut die Schuppen die Rüstung besser auch immer von dem Vieh Achtung ja in die Richtung uuh du bist grad unter ihm durchgerollt das sah grad so aus äh das war auch so mehr oder weniger man sieht schon einen Rüstungsunterschied ich kriege weniger Schaden als du ah er humpelt schon wieder ich werde ihn davon abgehalten ähm kann ich ihn nochmal umschmeißen oder ist das nicht möglich? das ist ich habe ihn umgeschmissen hau ihn hau ihn der ist voll am Ende und wir haben die Mähne kaputt gemacht lassen flüchten am Boden ist was oder flüchtet nicht wir töten ihn gleich ne der flüchtet am Boden müsste jetzt was sein warte nimm's das ist von der Mähne wo ist es denn hier wo ich bin ich habe Sprintextrakt bekommen und was bekomme ich auch ein Sprintextrakt ähm zu verwenden für was? daraus kann man Lufttränke zum Beispiel machen also unter Wasser dann atmen oh jetzt kommt noch ein Unterwasserkampf ja ja um ihn zu töten oh übel Achtung hier macht er gern diese Attacke im Wasser hat er leicht andere Attacken mit anderen Verhaltensmustern allerdings ist er so am Ende dass es nicht mehr gut ist Achtung jetzt macht er zum Beispiel seinen den auf mich er ist erst zur Seite und dann hat er mich angegriffen Achtung ich wollte mich gerade weg pushen ja aber irgendwie Achtung jetzt macht er es nochmal ja zu wenig Raum er flüchtet schon wieder oh fein wieder unter Wasser oder wo geht's nicht mal hin äh keine Ahnung wo der grad äh er geht in die Höhle ach es ist ein geheimer Gang merke ihn dir gehen wir da auch durch ja wir wollen ihn ja töten achso ich dachte wir gehen jetzt den ah jetzt bin ich hier orientierungslos er ist an Land gegangen ähm ich bin trotzdem gerade ein bisschen orientierungslos nein da können wir nicht rein okay dann ist das genau wie bei dem äh wie bei dem komm hier lang großjaggy in die 1 ja anderes links hä gehst du in die 3 ach ich geh in die 3 ja du gehst in die 3 so hä geh doch nach links oh man das war peinlich ja passiert ist ja nicht live fast live fast live ich überlasse dir den Vortritt der ist ähm der ist ähm wenn du da rein gehst bist du oben auf so einer Kante du musst erst runter springen ah ja und hier kannst du Erz abbauen wo fein ich glaub ich hab aber gerade keine übrigens dabei also hier kann man runter ne ich hab gerade keine Spitzhacke dabei da wo ich gerade runtergesprungen bin gehts runter ich hab gerade keine Spitzhacke dabei dann musst du nichts abbauen schon mal hinten schläft da lass mal anpirschen mit ah das sind diese Käfer die ich gemeint hab okay das wars ja dann schauen wir mal was er noch mit uns machen will schauen ob er wieder ins Wasser will ich hoffe es natürlich nicht ja er tut es nicht mehr lang meine Aufdauer ist auch ziemlich am Ende äh hast du gleich getratenes oder so? ne leider nicht ja siehst du wie hässlich mittlerweile aussieht nachdem wir alles abgemacht haben also jetzt wäre zum Beispiel wenn man ihn fangen müsste würde man ungefähr jetzt ansetzen okay ähm ja ich muss jetzt erstmal warten weil ich bin wohl in einem seiner von Themenrein spaziert ja oder er hat dich getroffen also ich hab hier grad Viecher getötet die troppenfrech monster fluid hier es glänzende da am Boden okay er geht auf mich es glänzende da am Boden hier grad noch glänzende da vorne an der Wand in die Richtung wo ich grad schau okay ich zeig's dir ja warte fein fein ah nein ich muss jetzt ausgerechnet noch stoppen